Heute suchen wir Rubine. Los geht's! Den Stein müssen wir erstmal aus dem Weg schieben. Und noch ein Ruck. Super, jetzt können wir rüberfahren. Da sollten wir schnell rüber. Puh, das war knapp. In den Steinen sind die ersten Rubine. Der Zerkleinerer trennt sie von den Steinen. Die sehen toll aus. Die nehmen wir sofort mit. Ganz schön staubig hier im Bergwerk. Die Brücke sieht sehr wackelig aus. Boah, das war gefährlich. In dem Geröll sind noch mehr Rubine. Die werden jetzt auch in den Zerkleinerer befördert. Die Steine werden abtransportiert. Und die Rubine nehmen wir mit. Noch so ein großer Stein. Den nimmt der Hubschrauber mit. Komm, wir schieben ihn auf die Ladefläche. Guten Flug! Mit den Ballons schweben wir nach unten. Super, wir sind sicher gelandet. Jetzt geht's rüber auf die andere Seite. Super, weiter geht's. Die Steine schieben wir in die Lore. Los, trennen wir die Rubine von den Steinen. Wow, was für Schätze. Uh, das sieht sehr tief aus. Ob wir da runterfahren können? Das ist zum Glück noch mal gut gegangen. Das ist wirklich gefährlich hier. Pass auf deinen Kopf aus. Wir haben es geschafft. Bringen wir unsere Schätze nach Hause. Bis zum nächsten Mal bei... Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020